Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Hirn statt Hetze. Hart aber fair ist leider aus der Sommerpause zurück und mit einem absoluten Brecher wieder gestartet. Das Thema der Woche war neue Härte. Kommt die Wende in der Asylpolitik? Nein. Bis zum nächsten Mal. Aber ich werde das ganze schon noch kommentieren. Fangen wir wieder einmal mit der Gästevorstellung und ihren Positionen an und dann kommentiere ich noch die besten Szenen dieser Trauerveranstaltung. Viel Spaß. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Schön, dass Sie dabei sind. Im Herbst stehen Landtagswahlen an und der Ton in der Politik wird rauer. Das Thema Flucht und Migration polarisiert. Die Parteien überbieten sich jetzt mit Vorschlägen. Sollen Asylverfahren nur noch außerhalb der EU möglich sein? Kann man Clanmitglieder abschieben, auch ohne Vorstrafe? Wir wollen uns angucken, was solche Vorschläge taugen und fragen, was wird aus einer Gesellschaft, die auf Abschottung setzt und Menschenrechte infrage stellt? Bei dieser Einleitung ist mal wieder gleich klar, woher der Wind weht. Ja, was wird nur aus einer Gesellschaft, für die Menschenrechte kein Freifahrtschein für illegale, kulturfremde Armutsmassenmigration bedeutet, für die stattdessen das Konzept von souveränen Nationalstaaten, die über ihre Grenzen frei entscheiden dürfen, im Vordergrund steht? Kaum auszudenken. Aber kommen wir wie gesagt erst einmal zu den Gästen. Mein Thema heute, neue Härte. Kommt die Wende in der Asylpolitik? Das diskutiere ich mit diesen Gästen. Thorsten Frei von der CDU will das individuelle Asylrecht abschaffen und hat mit diesem Vorschlag viel Empörung ausgelöst. Aber er sagt, Blauäugigkeit hilft uns hier nicht weiter. Wiebke Judith von Pro Asyl ist schockiert von Freis Vorschlag. Sie sagt, Asyl zu suchen ist ein Menschenrecht, das darf nicht angetastet werden. Lars Castellucci, der SPD-Fraktionssprecher für Migration, glaubt, dass wir beides brauchen. Humanität und klare Regeln. Die Sozialarbeiterin Cansin Köktürk hat viel mit Geflüchteten zu tun und sagt, Abschieben und Grenzen dicht machen hat für mich mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Migrationsforscher Rüth Koopmans entgegnet, bei weitem nicht alle Asylsuchenden sind schutzbedürftig und trotzdem können sie nicht an der Grenze zurückgewiesen oder abgeschoben werden. Ein Fehler im System. Quizfrage. Welche Partei steht in den Umfragen bei über 20% und ist dafür bekannt, dass ihr Kernthema genau das Migration und Asyl ist? Die FDP. Warum ist kein FDPler eingeladen? Spaß beiseite natürlich die AfD, die mal wieder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, besser Staatsfunk, kategorisch ausgegrenzt wird, obwohl sie eigentlich laut Rundfunkstaatsvertrag zur Objektivität und Ausgewogenheit verpflichtet sind. Und diese Objektivität sehen wir folgendermaßen. Wir haben die linksextreme Kocktürk, eine super unsympathische, hysterische Frau, die mir extreme Luisa-Neubauer-Vibes gibt, achtet mal drauf. Die Asyllobbyistin Judith ist ungefähr die Allmann-Version von Kocktürk und kreischt auch nur rum. Und der Migrationssprecher der SPD ist ebenfalls ein Paradebeispiel für den geistigen und moralischen Verfall einer ehemaligen Volkspartei. Das sind die Linken bis Linksextremen in der Runde. Und die Gegenseite? Ein Migrationsforscher und ein CDUler, dessen Position es ist, dass wir nicht mehr alle sogenannten Flüchtlinge aufnehmen, sondern ein Kontingent von etwa 200.000 im Jahr. Ich mache keine Witze. Die CDU erfüllt mal wieder alte Meme-Klischees. Und das ist auch das einzige Gute, was ich noch in diesen Talkshows sehe. Dem typischen CDU-Wähler muss gezeigt werden, dafür steht deine Partei. Ja, wir wollen ja auch, dass Deutsche in ihrem eigenen Land demografisch verdrängt werden, aber halt bitte nicht ganz so schnell. Hier wird etwas als vermeintliche Gegenposition dargestellt, was noch nicht einmal Mitte ist. Mitte wäre eine Null-Migration von Illegalen. Rechts ist eine Netto-Negativ-Migration, also massenhaft Abschiebung von vor allem Syrern oder Afghanen, die seit 2015 im Land sind, dessen Heimatländer sicher keine blühenden Paradiese sind, aber längst kein flächendeckender Krieg mehr vorherrscht, womit der Asylgrund, wenn er denn je vorgelegen hat, da zig sichere Drittstaaten zwischen uns und ihnen liegen, lange erloschen ist. Okay, dann hören wir uns mal die interessantesten Stellen an. Der CDU-Kack erläutert jetzt seine Position, die ich bereits beschrieben habe. Was halten die Linken von diesem Appeasement? Sie haben als Sozialarbeiterin ja auch in Flüchtlingsunterkünften gearbeitet, kennen die Lebensgeschichten von vielen Menschen, die eine Flucht hinter sich haben. Wie wirkt der Vorschlag von der Freie auf Sie? Absolut realitätsfremd, würde ich sagen, und auch aus verschiedenen Sichten irgendwie gar nicht umsetzbar. Also erstmal rein faktisch betrachtet ist das Recht auf Asyl ein Menschenrecht und ist auch im Völkerrecht verankert, sodass ich nicht verstehe, warum man überhaupt an diesem Recht versucht zu rütteln. Alles klar, Frau Köckbauer, äh, ich meine Köcktürk. Hier werden wieder Begriffe in globalistischer Art umdefiniert, als gäbe es rechtlich nur eine Möglichkeit. Und zwar grenzenoffen für jeden, der hier rein will. Aber erstens gibt es schon mal keine universellen, allgültigen Menschenrechte, dessen nicht Achtung von, keine Ahnung, Gott bestraft wird? Wir haben ja während Corona gesehen, wie oft vermeintliche unantastbare Menschenrechte vom Establishment gespuckt werden kann, wenn sie dafür eine scheinbare Legitimation haben. Es gibt Abkommen und Gesetze wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind, von Menschen auch geändert werden können. Aber das ist hier ja nicht mal notwendig. Deutschland ist ausschließlich von sicheren Drittstaaten umgeben. Weder nach Genfer Flüchtlingskonvention noch Dublin 3 EU oder Artikel 16a des Grundgesetzes müssten wir auch nur einen einzigen Menschen ins Land lassen, der unsere Grenzen illegal überquert. Und wenn wir hier schon mit Menschenrechten jonglieren wollen, es gibt auch ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Und alleine das reicht für ein Ablehnen der illegalen Massenmigration aus Nahost und Afrika. Und außerdem ist es eben schon ein Recht, zum Beispiel nicht in ein Land abgeschoben zu werden, wo man schwerste Menschenrechtsverletzungen erfährt. Das ist aber etwas völlig anderes. Nein, aber das ist ja bei Ihnen mit angelegt. Nein, absolut nicht. Und die Menschenwürde ist auch ein Menschenrecht, was Sie auch angreifen, wenn Sie Sozialleistungen komplett streichen. Nein. Doch. Und zwei weitere Begriffe, die im linken Bullshit-Bingo natürlich nicht fehlen dürfen und wieder einseitig so ausgelegt werden, dass alle Reihen am Ende stehen bleibt. Wenn man also Menschen nicht dorthin abschieben kann, wo ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, was auch wieder sehr vage definiert ist, dann gibt es folgende Lösungsansätze. Man lässt niemanden aus diesen Ländern mehr rein, man legt die Konvention so aus, dass in Ländern, aus denen die sogenannten Flüchtlinge hier in Deutschland sind und dort regelmäßig Urlaub machen, wohl keine Lebensgefahr droht und man sie also dorthin auch wieder zurückschicken kann. Oder, wenn das alles nicht möglich ist, dann steht die Souveränität des Nationalstaates und die Sicherheit unserer Bürger in letzter Instanz über irgendwelchen globalistischen Konstrukten. Und komischerweise sieht das bis auf Deutschland auch fast jedes Land so. Und dass es gegen die Menschenwürde ist, für Asylbewerber auf Sachleistungen statt dem Bürgergeld umzusteigen, bedarf es eigentlich keines weiteren Kommentars. Ja, und nach meiner Definition verstößt es gegen die Menschenwürde, wenn wir ihnen nicht Einfamilienhäuser und nette Chicas bereitstellen. Erstens finde ich es unfassbar gefährlich zu behaupten, dass es nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Ich kann Ihnen garantieren, lassen Sie mich aussprechen. Ich kann Ihnen garantieren, in meiner Arbeit mit geflüchteten Menschen, dass kein Mensch nur für ein bisschen 100 Euro, was auch nicht so viel ist wie das Bürgergeld, wie alle Menschen denken, sondern viele Menschen als Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, das Geld danach kriegen, dass es nicht so viel ist. Und kein Mensch riskiert sein Leben für die paar hundert Euro. Da haben wir mal wieder eine übliche Quelle. Trust me bro, Klassiker. Also erstens, wenn der Asylantrag positiv bearbeitet ist, hat der Asylant Anspruch auf das volle Bürgergeld. Die Ukrainer müssen nicht mal durch das Verfahren. Und während dem Verfahren und selbst bei Ablehnung gibt es nicht nur mehrere hundert Euro im Monat, sondern zusätzlich in der Regel Unterkunft, Ernährung, Heizkosten und so weiter. Zu der linkspopulistischen These, dass die Sozialleistungen keinen Einfluss auf die Einwanderung haben, vergleichen wir doch mal exemplarisch ein paar BIPs pro Kopf. Deutschland 51.000. Syrien 533, das ist ein stabiles Hundertstel. Afghanistan 368, das ist sogar noch darunter. Ja, also wir halten fest, selbst mit dem Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wirst du König in deinen Heimatländern. Und das ist logischerweise ein unfassbarer Anreiz, hierher zu kommen. Herr Frey, machen wir es nochmal ganz konkret anhand Ihres Vorschlages. Sie wollen ungefähr die Größenordnung für Deutschland wäre 150.000, 160.000 im Jahr. Ganz konkret, wie kommen diese Menschen nach Deutschland? Fliegen sie die ein aus der ganzen Welt oder wie kommen die zu uns nach Deutschland? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben heute schon Resettlement-Programme. CDU, meine Damen und Herren, Sie hörten den rechten Flügel der CDU. Als nächstes geht es um Kommunen, konkret das Beispiel Öwentrupp. Ein kleiner Ortsteil, in dem nach massiven Protest der Einwohner die 450 sogenannten Flüchtlinge vorerst nicht einziehen müssen. Hier mal ein kleiner schöner Ausschnitt. Und dann bin ich noch mit dem ehrenamtlichen Ortsheimatpfleger Willi Linn verabredet. Er macht sich seit Jahren stark für Geflüchtete. Linn hat einen Leserbrief geschrieben, nach dem lautstarken Nein in der Turnhalle. Was macht das mit dem Dorf? Ja, die Gefahr ist, dass das Dorf gespalten wird. Dass die AfD, die hat sich ja wirklich sofort gemeldet. Nicht nur die Weidel, sondern andere auch. Und die versucht jetzt ja die Gunst der Stunde auszunutzen. Aber das ist hier nicht angebracht. Es sind, wie es schon im Leserbrief steht, 95 Prozent der Einwohner sind da liberal eingestellt. Oh nein, die böse AfD, die einzige Partei, die gegen das Projekt komplette Buntheit ist, hat sich mit den Einwohnern solidarisiert, die sich gegen das Establishment aufgelehnt haben. Wie können sie nur? Ich wünsche diesem Herren ein direktes Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft oder seinem Garten, wenn er doch so liberal und weltoffen ist. Das könnte nebenbei auch eine clevere und angebrachte Strategie von rechts werden in Zukunft. Sobald man Macht im Osten erlangen sollte und zur Aufnahme gezwungen wird, dann sollten die Heime ausschließlich in grünen und linken Hochburgen errichtet werden. Win-win für alle. Ich meine, sie wollen es ja auch so. Ich möchte gerne einmal noch bei Frau Kürtel bleiben und auch fragen, weil sie haben ja viel auch mit Flüchtlingen gearbeitet und auch mit Freiwilligen. In so einem Ort wie Irwentrup, wie nimmt man da die Menschen mit? Ich übersetze mal die geframte Fragestellung. Mitnehmen heißt, wir akzeptieren die Meinung der Bevölkerung nicht. Ich meine, wo kämen wir auch hin, dann wären wir ja sowas wie eine Demokratie. Sondern wir manipulieren die Bevölkerung, wir gaslighten sie, bis sie ebenfalls alle aufnehmen wollen. Also wir finden ja auch keine Lösung in dieser Migrationsdebatte, weil wir uns ständig die falschen Fragen stellen. Wir stellen uns die Fragen, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen nicht hier ankommen? Wie können wir uns abschotten? Anstatt sich die Fragen zu stellen, wie können wir Migration in unsere Gesellschaft einbauen? Wie können wir eine Willkommenskultur schaffen? Und es ist auch, wie Sie sagen, das wird die Menschen abschrecken, auch wenn es sie vielleicht für den Moment abschreckt. Wir stehen vor einer Klimakrise, die auf jeden Fall eine Migrationsbewegung mit sich bringen wird. Und wir werden immer geflüchtete Menschen aufnehmen müssen. Deswegen ist das auch keine Lösung. Eine Abschottung ist einfach keine Lösung. Natürlich, das Klima-Armageddon darf auch nicht fehlen. Die Fragen zur Willkommenskultur haben wir uns gestellt. Sie ist nach allen messbaren Parametern gescheitert. Wir sehen mehr als deutlich in jeder einzelnen konkreten Umfrage zu diesem Thema. Die Menschen wollen diese Migration mehrheitlich nicht. Nur das interessiert die Obrigkeit in ihren Elfenbeintürmen halt nicht. Ich habe mir diesen Ort mal angeschaut. Er hat ja wenige tausend Einwohner und Einwohnerinnen. Und dann sollen dort an einen zentralen Ort mehrere hundert Geflüchtete hinkommen. Dass es dagegen auch Widerstand gibt, ist für mich selbstverständlich. Und da muss man reden. Und da muss man, das ist mein fester Wille, auch demokratischer werden im Land bei der Verteilung. Sagen wir, hören zu. Zischelte die Schlange der SPD. Die Meinung der Bevölkerung ist ihm völlig egal. Es ist reines Wahlkampfgelaber, um die Leute einzulullen. Wir sehen es ja zum Beispiel in dem 500-Einwohner-Dorf Opal. Die Bewohner wollen es nicht. Die Altpartei in Mafia will es und macht es deswegen trotzdem. Weil es scheinbar nichts Wichtigeres gibt, als so viele Menschen wie möglich aus so kulturfremden Regionen wie möglich hierher zu holen. Und was man ja auch sehr deutlich merkt bei Ihnen, finde ich, Herr Frey, Sie sehen Menschen anscheinend, die Geflüchtete, die herkommen, primär als Problem. Und Sie sehen überhaupt nicht, dass es auch Potenziale gibt. Um es kurz zu machen, nein. Herr Castellucci, von 54.000, die tatsächlich abgeschoben werden müssten, wurden nur rund 7.800 abgeschoben. Wie ist das zu erklären? Also der Rechtsstaat ist das Fundament in diesem Land. Ja, bla bla bla, um es kurz zu machen, weil wir es so wollen. Also das wäre zumindest die ehrliche Antwort. Die Einreise über zig sichere Drittstaaten ist bereits nach jeglicher rechtlicher Grundlage, die wir haben, illegal. Fast so, als wäre das Ganze nur vorgeschoben, weil man es eben so will. Das letzte Highlight der Sendung präsentiert uns das Highlight der Sendung, Frau Köckbauer, Entschuldigung, Köcktürk. Wir haben ja jemanden da, die auch Sammelunterkünfte kennt, weiß, wie es dort vor sich geht. Und da gibt es ja jetzt den Vorschlag also von Frau Faeser, dass Polizisten, die kommen, um jemanden abzuholen, für eine Abschiebung auch in andere Räume reingehen dürfen, wo die Person nicht wohnt zu der Zeit. Was macht das mit Bewohnern von solchen Heimen? Traumatisieren, sicherlich triggern und traumatische Erfahrungen vielleicht wieder an die Oberfläche bringen. Also es ist ein Eingriff auch in die Freiheit. Ich weiß nicht, ob sie es gut fänden, wenn jemand nachts einfach so in ihr Zimmer kommt, obwohl sie nichts getan haben. Es ist ein Eingriff in die Freiheit, einen abgelehnten Asylbewerber, also ein gerichtlich zigfach bestätigter illegaler Migrant, der sich durch alle möglichen Instanzen erfolglos durchgeklagt und während der Zeit natürlich üppig Sozialleistungen kassiert hat, auch dann aufzugreifen, wenn er sich woanders als in seiner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, um der Abschiebung zu entgehen. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Also fassen wir mal zusammen. Von der linken Fraktion wurde die übliche globalistische Agenda gefahren. Alle rein, egal was die Kartoffeln sagen, sie haben nichts zu sagen, sie müssen nur besser mitgenommen werden. Dabei wurden 80% irgendwelche Nebenschauplätze bedient oder leere Floskeln vom Stapel gelassen. Die kakservativen Koopmans und der CDU-Typ wirkten souverän und gelassen, anders als die beiden Frauen, die sich im Wild rumkreischen überboten. Aber nichtsdestotrotz, ihre Ansätze sind keine befriedigende Lösung. Sie waren nicht in der Lage auch nur ein Wort über Kriminalität, kulturelle Probleme, kognitive Kompetenzen, wirtschaftliche Belastung, langfristig Abschaffung unserer Kultur und Heimat und so weiter zu verlieren. Stattdessen lässt sich alles runterbrechen auf ein Ja gerne, bitte weiter so mit der kulturfremden Massenarmutsmigration, aber etwas langsamer. Und bevor das passiert, sollen die Linken doch lieber weiter damit machen, im Turbogang unser Land gegen die Wand zu fahren. Dann ist ein rechtzeitiges Aufwachen der Masse noch möglich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich empfehle euch meinen letzten Beitrag zu Hard Aber Fair vor etwa einem halben Jahr. Folgt mir gerne in den sozialen Netzwerken, vor allem bei Twitter bin ich am aktivsten, am rumpöbeln. Wer mich dazu noch finanziell unterstützen möchte, kann das gerne über folgende Links tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank und macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.